Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Adi Zucktalp. Ja, und damit begrüße ich wieder mal ganz herzlich zu einer neuen Folge GTA 5. Ja, und heute habe ich mir etwas anderes überlegt. Wir werden heute nicht etwas scheiße bauen. Wir werden ein bisschen mit einem Jet rumfliegen und ein Rennen machen, das ich erstellt habe. Ja, dann werden wir zuerst mal die Garage betreten. Ja, und in der letzten Folge haben wir wieder mal gar nichts gemacht. Tja, dann werde ich wieder mal einfach den Ton einschalten und los geht's. Wir fahren natürlich mit dem T20, weil es uns zu lange geht. Oh man, wir gehen doch nicht mit dem T20. Weil, wenn die Garage gerade bei den Bullen ist, wenn ich mit einem anderen Auto rausfahre, geht mein anderes Auto kaputt. Ja, also, dann werden wir halt einen Auto klauen. Ja, also, dann würde ich einfach fragen, ob man ein gutes Auto kommt, wie zum Beispiel du. Dann klauen wir die Karre. Ja, dann markiere ich mir den Flughafen. So. Und dann haben wir... Wieso haben wir zwei Sterne? Aha. Wir machen das zuerst, was Simone hier will. Weil das gibt ein bisschen Geld und Geld. Also, ja. Man sieht es an meinem Geld. Ich habe nur noch 2700. Wenn sie wohl dieses Fahrzeug will, dann kriegt sie dann auch dieses Fahrzeug. Wir schauen, dass sie es nicht beschädigen. Desto besser es ist, desto weniger beschädigt es ist. Ähm, ja. Ähm, heh heh. Desto mehr Geld kriege ich. Ich muss jetzt einfach umlackieren. Also mache ich jetzt einfach die billigste Farbe, weil die Farbe ist egal. Das geht sich schon noch aus. 300. Dann einfach umlackieren. Äh, was ist das? Alter, Lackierung. Primär, nehmen wir einfach mal. Äh, nein. Die billigste ist, äh, diese hier. Hier haben wir es umlackiert. Und jetzt dürfen wir einfach gar nicht mehr crashen. Oh. Äh, und sie wohl ist. Äh, vier Kilometer von hier entfernt. Na gut. Vielleicht. Wir werden das eigentlich nicht schaffen ohne einen Kratzer. 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 Tja, sonst. Mit dem Chat werden wir einfach ein bisschen, das Risiko austesten. Ja. Äh. 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 Ich will schauen, dass wir überleben. Und ich habe es heute Morgen, also vor diesem Video, wartet schnell, vor diesem Video schon ein bisschen ausprobiert, getüfelt, was, was leicht ist und was schwierig ist. Ja, und ich fand meine Leistung ziemlich gut. Also ich bin nicht, seht ihr schon ein Kratzer. Ja. Ja. Ich habe es geschafft, auf dem Dach zu fliegen. Eine sehr lange Zeit, auf dem Dach zu fliegen. Ja. Es ist auch nicht wirklich so ohne Power gut, aber es ist gut, finde ich. Äh. Schon eine Beule. Wobei, ist die nicht noch ein? Nein. Ne, es ist keine, ähm. Kannst du mir, sonst hätte ich die Karre schnell noch reparieren lassen. Naja. Nehme ich einfach so, wie es kommt. Äh. Ja. Pfff. Und von uns habe ich auch schon gesagt. Nein. Mein Rennen geht auch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob wir heute noch zum Rennen kommen. Vielleicht wahrscheinlich eh nicht, aber ist uns mal egal. Das Auto ist noch ziemlich schnell. Ich werde immer ein bisschen bremsen. So, und jetzt gebe ich den Gas. Das. Dort vorne ist so eine Art, so dass er einen soll. So, weiter geht's. Schon da. Mal gucken, wie viel Geld wir bekommen. Und wir bekommen... Fünftausd. Sich... Vierhundertsicht. Naja. Immerhin etwas mehr. Aber Problem Nummer zwei ist, wie... Ex... Wir brauchen ein Auto. Oder ich habe eine bessere Idee. Brauchen wir einfach mal einen Tausender. Aber... So einen Tausender. Lass mich extra ins Flugzeug kommen. Ah, ein extra Flugzeug. Als Flugzeug. Als Flugzeug. Oh. Oh. Scheiße. Na komm, lande Heli. Vor die Bullen hier sind. Lande Heli. Lande. 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 Mach, 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 mach. Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Ja. Einsteigen. Ich mache einen Weg. Die Bullen, 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 die Gehe das Scharfschützengewehr so ran zoomen schnapp schließen Dreh doch einfach mal hin das kann auch mit dem Präzisionsgewehr ich habe gerade nicht ins Flugzeug geschossen okay das wusste ich nicht ja jedenfalls sind wir schon noch dort dort hinten ist es ich rede gar nicht um Mungo ich kann auch mit der Pistole schießen aber d aber die Katzen zu sprechen und Oh, habe keine Muni mehr. Na gut, tschau. Verdammt! Zu spät abgezogen. Naja, auch egal. Klar, mir hat nochmal schnell ein Auto. Ach, wir laufen einfach schnell. Kriegen wir immerhin keinen Stern. Wir können ja trotzdem mal... Ach, schon wieder bei 10 Minuten? Neun, zehn Minuten? Das geht übelst schnell. Oh nein, nicht wohl. Da meine, ähm... Bamm, Inklusion. Ihr kriegt wahrscheinlich einen Stern. Ja. Jetzt haben wir definitiv einen Stern. Dann stimmt's nicht. Oh, tot. Naja, hier ist der Bessere. Oder wie er auch heißt. Ja, schreiben wir einfach mal ein. Und geben Vollgas. So, geben Vollgas. Was? Ich hoffe es, dass... jetzt fliegen wir erstmal mal ein Ballchen raus. Ich mache den Torpedo Flug. Ähm... zuerst mal ein bisschen Höhe gewinnen. So, und jetzt mache ich Torpedo. Schaut einfach das Tierringwerk ab. Druck hier die Bremse. Dann fliegt es automatisch wie ein Torpedo runter. Man hört er, das Motor ist aus. Das kann ich auch noch drehen. Wie nächster Absturz. So, und natürlich wieder... Oh, cool. Ich kriege EP. Dann drehen wir uns mal um. ein bisschen... ein bisschen runter, so... ein bisschen runter, so... ... dann... ... ich brauche noch einen... ... muss ein bisschen weg. Schon wieder bei 11 Minuten. Okay, es geht sich nicht aus. Ähm... Ja, dann... ... muss ich mir einfach mal... ... Kopfüber unter der Brücke durch. Und... geschafft! Mal gucken, wie tief das hier runterkommt. NEIN! Okay, dann würde ich sagen... ... dieser Stelle... ... war es das mit dem Video. Ja. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat... ... freut mich über einen Daumen hoch. Ja, das war es wieder mal... ... euer AdiZackTLP. Ciao!